Wir haben aktuell die Situation, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die Rahmenbedingungen für den Energiesektor massiv geändert haben. Aktuell ist zum Beispiel die Nord Stream 2 Pipeline ein Stranded Asset. Also ein Asset, das nicht mehr verwendet wird und das aber sehr viel investiert wurde. Was ist der Widerstand gegen Klimapolitik? Stranded Asset, diese Analyse, macht uns klar, woher kommt denn eigentlich der Widerstand gegen Klimapolitik? Also wir sehen, dass zum Beispiel arabische Länder, die sehr erdölreich sind, sehr abhängig sind von den Einnahmen aus Erdöl, bei den internationalen Klimaschutzbemühungen überhaupt nicht mitmachen. Und da kann man wirklich ganz gut zeigen, das liegt daran, dass die ganz starke Wertverluste zu befürchten haben. Und wir müssen jetzt als Staatengemeinschaft diese Länder unterstützen, für sich neue Wirtschaftssysteme zu definieren. Das bedeutet zum einen umweltfreundliche, klimafreundliche Energieversorgung für sich selber zu schaffen, aber auch andere Exportsektoren aufzumachen. Die Länder im Nahen Osten könnten zum Beispiel in Zukunft auf grünem Wasserstoff basierte Wirtschaftsketten im chemischen Sektor aufbauen. Also nicht mehr auf Erdöl basierte Wirtschaftsketten im chemischen Sektor, sondern auch eigene Produktion und Wertschöpfung durch Wasserstoff nutzende oder Ammoniak nutzende Industriezweige auf. Grüner Wasserstoff basiert dann nicht mehr auf fossilen Energieträgern, sondern wird hergestellt auf Basis von Strom. Und der Strom würde aus erneuerbaren Quellen, nämlich Solarstrom oder Windenergie, hergestellt werden. Letztendlich geht es darum, den Investoren klarer zu machen, dass sich die Rahmenbedingungen, insbesondere jetzt für fossile Energieträger, stark ändern. Vielleicht mal ein ganz aktuelles Beispiel, wo sich die Frage stellt, nämlich bei den LNG-Terminals, also den Flüssig-Erdgas-Terminals, die derzeit für Deutschland diskutiert werden und voraussichtlich nächstes Jahr gebaut werden. Wir wollen eigentlich ab mindestens den 2040er-Jahren kein Erdgas verwenden. Also wir wollen 2045 klimaneutral sein. Das bedeutet dann auch kein Erdgas mehr verwenden. Wenn jetzt aber LNG-Terminals hingestellt werden, die normalerweise eine Lebensdauer haben von 30 Jahren, dann erreichen die ihre Lebensdauer nicht. Die Politik muss für Klarheit sorgen, hinsichtlich der Klimaziele und auch der Pfade hin zu diesen Klimazielen, also der Rolle der einzelnen fossilen Energieträger. Nur dann können Investoren informierte Investitionsentscheidungen treffen und sich dann auch für umweltfreundliche Technologien und Assets entscheiden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017